Heute sind wir auf eine Kaffeelänge bei Professor Markus Ruttner an der Technischen Universität in Hamburg. Und lieber Markus, schön, dass du Zeit hast! Danke dir! Wir wollen heute über Laminate, über Nanolaminatpflaster sprechen. Richtig? Ja. Also es geht darum, das ist jetzt mal eine Frage. Es geht darum, Bauwerke haltbarer zu machen, habe ich gelesen. Genau. Bauwerke haben Probleme an ihren Verbindungen. Das ist wie im menschlichen Körper, wenn du joggen gehst, kommst nach Hause zurück, dann wenn es knallt, dann sind es die Gelenke, die dir schmerzt, Kniegelenk, Hüftgelenk, die Schmerzen, die Probleme bereiten. Und so ist es auch mit der Konstruktion. Wenn du moderne Brücken heutzutage illuminieren würdest und die Anzeige mit Lichtpunkten anzeigen lassen würdest, wo die Probleme sind, würden die nur an den Verbindungen leuchten. Und das sind genau die Orte, wo wir ansetzen. Und dafür haben wir ein Nanolaminatpflaster vorgesehen und entwickelt, was wir aufbringen können, um damit diesen Verbindungen zu helfen, um die langlebiger zu machen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt Bauwerke haben, wie zum Beispiel Brücken, wo du jetzt viele Verbindungen hast, also Niedverbindungen, Schweißverbindungen, alles Mögliche. Das heißt, erstmal durch die Last oder Züge oder LKW, alles, was rüberfährt, hat jetzt eine Last. Und die Bruchstellen entstehen da, wo die genietet geschweißt ist und so weiter. Genau. Und diese Nanolaminatpflaster schützen im Prinzip diese Stellen. Genau. Wie lange lebt so eine Brücke normalerweise? Die Brücke wird auf 100 Jahre bemessen, kannst du sagen. Das ist nach Eurocode, das ist zurzeit die gültige Norm für jetzt gebaute Konstruktionen und da setzen wir 100 Jahre an. Okay. Und wenn man sie jetzt schützen würde mit diesen Pflastern, dann? Die ersten Versuchsreihen haben jetzt gezeigt, dass wir einen Faktor von fünf bis zehn erreichen. Das heißt, mit dem Nanolaminatpflaster würde dann die Brücke mal fünf, mal zehn, also 500 bis 1000 Jahre halten. Das ist natürlich eindrucksvoll, weil die Städte, über die wir sprechen, also wir leben ja im Moment in so einer Situation, wo wir uns bewusster darüber werden, was für Ressourcen wir verbrauchen und wo Probleme haben. Stahl ist natürlich, wenn wir über CO2-Abdrücke nachdenken, ist ein Problem. Wir haben im Moment ja die Tendenz, dass Städte immer größer werden, dass Mobilität größer wird, das heißt mehr Brücken, mehr Gebäude, mehr Stahl. Und wenn wir es schaffen würden, diese Gebäude und Brücken langlebiger zu machen, dann wäre das natürlich auch ein großer Beitrag. Das ist ein großer Beitrag, genau. Wir könnten es tatsächlich schaffen, den Klima-Footprint, den CO2-Footprint deutlich zu reduzieren. Der ist zurzeit bei sieben Prozent. Das ist immer noch zu viel. Und ein Weg ist sicherlich einfach, Strukturen haltbarer zu machen. Du brauchst dann weniger bauen und kannst dann auch das Geld für andere Sachen verwenden. Medizinische Forschung zum Beispiel oder Bildung. Ja, genau. Okay. Richtig vorstellen kann ich es mir leider immer noch nicht, muss ich sagen. Also bei Pflaster denke ich natürlich erst mal, Pflaster, was man irgendwo drauf klebt. Das wird ja wahrscheinlich so nicht sein, sondern irgendwie muss man eine Verbindung herstellen, schätze ich mal, zu den Metallen. Die Verbindung muss natürlich erst mal hergestellt werden. Das Nanolaminatpflaster geschieht mit der Galvanic. Und die ist benannt nach Luigi Galvani. Der war der Name, ist der Namensgeber. Und das ist ein Metallabscheidungsprozess, wo du mit einem Tank arbeitest. Okay. Und nicht wir, sondern andere haben festgestellt, dass wenn du einen Tank hast, wo du eine Anode, eine Kathode hast, dann kannst du, je nachdem wie du die Stromdichte wählst, das Ganze geschieht bei uns auch computergesteuert, entweder das edlere Metall, das ist bei uns Kupfer, oder das nicht so edle Metall, das ist Nickel, wechselnd abscheiden. Und baust dir dann in einem Zeitraum von ungefähr zwei Stunden, ein schönes Nanolaminat. Das hat nur die Dicke von 10 Mikrometer. Das ist ein Achtel, ein Sechstel von einem menschlichen Haar. Wenn man noch eins hat. Okay, warum braucht man unterschiedliche Schichten? Was ist der Vorteil davon? Warum nimmt man nicht ein Material? Homogenes Material, musst du dir so vorstellen, homogenes Material, da wächst der Riss schnell durch. Wenn du alternierende Schichten hast, dann hast du immer die Interfaces und da wird der Riss erst mal gestoppt. Der weiß gar nicht, die nächste Schicht ist fester und damit wird der Riss erst mal gestoppt. Eventuell sogar abgelenkt. Und das sehen wir auch unter dem Elektronenmikroskop, dass die Rissbildung nicht gerade durchläuft, sondern der Riss hat Schwierigkeiten, da durchzukommen. Und dieser Prozess des Aufhaltens des Risses, der natürlich von der Schweißnaht kommt, wenn wir von Verbindungen reden, Schweißnaht ist eine mögliche Verbindungsart, der muss da erst mal durch. Und diese 10 Mikrometer halten den Riss so lange auf, dass du einen Lebensdauerzuwachs von 5 bis 10 bekommst. Ja, schon Wahnsinn. Das ist ja dein Labor, wenn man hier so reinguckt, dann sieht man da vorne ja auch gerade so einen Versuch. Also ihr müsst natürlich auch als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler die Sachen natürlich auch so valide machen, dass sie nachweisen können, was die Wirkung ist. Was machst du da gerade? Also, weil du das ja toll gesagt hast. Ich glaube, ich setze nur auf den Versuch. Ich meine, dass du Numerik kannst, da kannst du sehr viel Schräubchen drehen. Ein Versuch, den du auch konzipierst, das ist die Natur. Die ist unverfälscht. Natürlich kannst du auch im Versuchsaufbau Sachen so wählen, dass sie extrem sind oder weniger extrem. Aber das ist wirklich, das täuscht dich nicht. Und deswegen, wir haben ein experimentelles Labor in der Versuchshalle. Das ist der Weg. Wir haben nicht nur eine Station, wo wir testen, sondern wir müssen das Teststück, also die Stahlprobe ja erst einmal produzieren. Und da habe ich mir letztes Jahr einen Schweißroboter zum Beispiel gekauft. Hast du Interesse? Willst du es mal sehen? Ja, sicher. Also letztlich musst du die Versuche hier immer so machen, dass du immer zu demselben oder immer von demselben Ausgangsmaterial aus losgehst. Sonst kannst du ja nichts vergleichen. Vergleiche kannst du sicherlich nur machen, wenn du die gleichen Testproben hast und die genau gleich gebaut sind, die gleiche Stahlart, Stahlgüte und damit auch der Patch. Letztendlich dieses Nanolaminatpflaster muss natürlich von gleichem Aufbau sein. Und diese, das muss absolut reproduzierbar sein. Und das kann der Mensch nicht so gut schaffen. Da setzen wir auch sehr gerne auf Computer gesteuert, also auf Automation. Und da haben wir uns den Schweißroboter angeschafft. Schau mal, wenn ich jetzt hier klicke, dann zeigt er dir, wie eine Kehlnaht gesetzt wird, die ist von so ausgezeichneter Güte. Das könnte der Mensch gar nicht leisten. Da müsste ich wirklich einen Schweißer oder eine Schweißerin haben, die das acht Stunden pro Tag die ganze Woche über macht. Ja, und vor allem ist es immer gleich. Und es ist immer gleich, genau. Und das war, so haben wir die Teststücke hergebracht. Das ist natürlich jetzt noch ohne Nanolaminat. Und dann ein zweites Video, was ich dir zeigen wollte, ist der Testaufbau. Wir im Labor ist zurzeit, ist noch ein relativ kleiner Tank. In diesem Tank befindet sich der Testkörper. Die siehst du auch hier eingetaucht. Und das ist der sogenannte Single-Bath-Method. Das heißt, die Proben sind da drin, sind eingetaucht, bleiben dort eingetaucht über zwei, drei Stunden. Und der Computer, den du vorher im Bild sahst, der steuert jetzt die Stromdichte. Und je nachdem, welche Stromdichte gewählt wird, wird entweder Kupfer oder Nickel abgeschieben. Genau, und dadurch kriegst du eben diese unterschiedlichen Schichten übereinander. Und dann eben auch noch so extrem dünne. Ja, Wahnsinn. Und es ist jetzt ja unrealistisch, dass man so eine Brücke da eintaucht in so einen Verhälter. Wie macht ihr das jetzt in der Praxis? Genau, alles fängt im Laborversuch an. Aber diese Verfahren mit Nanotechnologie ist eigentlich was für den Reinraum. Das heißt, da gehst du rein mit Mantel, mit Schutz für Haare und Schuhe und was weiß ich alles. Und du kannst ja eine Brücke nicht in so einen Reinraum reinnehmen, wie du sagtest. Und deswegen brauchen wir natürlich, wir brauchen etwas, was uns ermöglicht, diese Technologie im Feld anzuwenden. Und da haben wir einen Tank produziert, der modularen Aufbau hat. Und je nachdem, wie deine Brückenkonturen ausschauen und da, wo diese Schweißnaht ist, Verbindungen sind ja auch teilweise geometrisch anders geformt, da wählen wir einen angepassten Aufsatz, pressen diese Vorrichtung gegen die Brücke, bringen den Elektrolyten rein, schließen den Stromkreis und dann dauert das zwei Stunden. Und das ist eine Vision. Wir würden gerne diesen ganzen Vorhang komplett computergesteuert über einen Roboterarm laufen lassen. Du hattest ja gerade gesagt, so eine Brücke hat natürlich nicht eine Schweißnaht, sondern hunderte, tausende möglich, Nieten und so weiter. Das heißt, das müsste ja alles irgendwie brauchen. Das dauert seine Zeit natürlich, um das zu fertigen, aber du würdest, wenn ich sage zwei Stunden, innerhalb von einem Tag hast du fünf Schweißnähte, komplett entschärft. Und stell dir vor, wie viel Geld in die Brückeninspektion gepumpt wird, wie viele Leute sowieso an Brückenbauwerten jeden Tag da sind. Du hättest einen Durchlauf und hättest dann wirklich mal eine Zeit lang in Ruhe. Du entschärfst das Problem, das wir haben in der Infrastruktur. Ja, absolut. Ich bin gerade auf der A7 nach Bayern gefahren und jede Brücke in Baden-Württemberg war eine Baustelle. Geschwindigkeitsbegrenzung. Sieh zu, dass du fertig wirst hiermit. Ja, genau. Sag mal, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Das hat ja natürlich einen totalen Effekt, auch für Nachhaltigkeit und so weiter. Aber so bist du wahrscheinlich nicht drauf gekommen, oder? Oder hast du gesagt, Leute, ich will die Welt verbessern, ich mache jetzt Brücken haltbar. Oder wie bist du da hingekommen? Ich bin 2014 über einen Aufsatz gestolpert und da hieß es, Deutschland hat 20 Billionen Euro verbaute Infrastruktur. Und dadurch, dass wir auf 100 Jahre bemessen, müssen wir ein Hundertstel jedes Jahr reinvestieren. Das bedeutet 200 Milliarden Euro pro Jahr in die Infrastruktur. Das sind natürlich nicht nur Brücken, sondern auch Straßen und Häuser und so weiter. Aber da ist ein großes Segment vor Brücken. Wir tun aber nur 60 Milliarden investieren, sprich ein Drittel weniger. Du kannst dann daraus schon sehen, wenn wir es schaffen würden, einen Faktor 3 zu etablieren, durch so eine Methode, hätten wir die Infrastrukturkrise schon im Griff. Und wir schaffen eigentlich jetzt auf Anhieb einen Faktor 5 bis 10. Das heißt, das könnte ein richtiger Impact sein. Das stimmt. Ja, in unterschiedlicher Sicht. Also Nachhaltigkeit natürlich, aber natürlich auch ökonomisch. Das hat ja einen riesen Weg. Ja, auch für die Gesellschaft, die weniger gestresst ist, wenn sie in den Alpen fährt. Ja, ganz genau. Die blöden Baustellen. Genau. Ja, aber wie bist du dahin gekommen? Also warum hast du es gemacht? Was war dein Antrieb, dein Innerer? Ich habe damals wirklich, das war so vor sieben Jahren, da bin ich an die Uni gewechselt, erst mal in Amerika. Und da war in New York City, da war ich zu Hause zum damaligen Zeitpunkt, da gab es schon dieses Infrastrukturproblem. Brücken geschlossen und so weiter und so fort. Und auch das Budget vom Staat war nicht genug, aber auch die Manpower und Womenpower fehlte dir. Und da dachte ich mir, kannst du nicht irgendwie das verbinden, was du im Metallbau machst? Ja. Und da war ich im Gespräch, da habe ich Kollegen getroffen am MIT, Michael Demkowitz, und wir haben uns über Metalllaminate unterhalten. Und das war so ungefähr der Beginn, wo ich mich begann, für Nanotechnologie im Metallbau zu interessieren. Und dann hatten wir dort gleich gute Ergebnisse. Wir sahen das Material eine tolle Ermüdungsresistenz zum Beispiel. Und dann kam die Idee, da kam eins zum anderen. Plötzlich ist da so, es ist wie so ein Zug, der sich in Bewegung setzt. Warum kannst du das nicht irgendwie ins Bauingenieurwesen übertragen, was eigentlich noch keiner macht im Bauingenieurwesen? Das ist, die Nanotechnologie ist eigentlich in der Medizintechnik zu Hause, bei den Chip-Herstellungen, aber noch nicht im Bauingenieurwesen. Und das ist, das versuchen wir jetzt erstmalig und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, super. Das heißt, du bist eigentlich zu der Anwendung ein bisschen zufällig gekommen. Du kommst eigentlich von der Technologie her und bist dann bei der... Absolut. Wie hat sich der Moment angefühlt, wo du gemerkt hast, wofür das gut ist? Das ist ja immer bei den Ingenierwissenschaften der große Momente. Das ist klasse. Ich freue mich. Also ich bin da hin und weg und ich könnte da stundenlang drüber erzählen. Und das ist auch schön, du nimmst die Gedanken natürlich auch mit nach Hause, aber das ist nicht kein Stress, sondern du spielst mit den Gedanken und dann kommt eines zum anderen. Aber es ist auch ein tolles Gefühl für das ganze Team, weil die Leute, die im Labor stehen und erstmal ein Jahr lang gegen die Wand laufen und das ist ja kein leichtes Problem. Das sind ja x Hürden zu nehmen bis zum tollen Ergebnis. Und dann eröffnet sich und dann plötzlich siehst du den Horizont. Und das ist ein tolles Ergebnis. Also ich fühle mich gut, aber auch mein Team fühlt sich gut. Aber das ist immer auch so, ich finde das immer super, wenn man die leuchtenden Augen sieht. Das ist ja was Typisches eigentlich für diese Lösung, die man in den Ingenieurwissenschaften auf einmal hat. Weil man sieht, so geht es und es funktioniert und da braucht man auch nicht mehr darüber zu reden. Es funktioniert halt. Und das Leuchten, die Begeisterung, die spürt man bei dir natürlich auch gut. Also wenn du jetzt mal so einen Rat oder einen Tipp geben solltest für junge Leute, die sich jetzt vielleicht auch denken, ja, Fridays for Future und irgendwie kann man die Welt besser machen und die großen Probleme der Welt. Wenn man mehr machen will, als nur demonstrieren. Was wäre so dein Rat? Ich glaube, jeder kann seinen Beitrag leisten und zwar hört nicht auf, warum zu fragen. Wenn die Probleme liegen um euch herum und so viele Sachen sind noch nicht gelöst und wenn man sich, das ist oft ein Team-Effort, ja, nicht nur eine Einzelleistung, man geht die Probleme an und ihr werdet, wenn ihr nur, wenn ihr mit Persistenz genug habt und Ausdauer habt, dann kann man die Probleme in den Griff kriegen. Und das ist ein tolles Gefühl. Ich sage in der Vorlesung, meinen Stahlbau-Bachelorstudenten, habe ich gesagt, Studentinnen, habe ich gesagt, Leute, macht einfach, geht mit offenen Augen durch die Welt. Und fragt warum und dann geht es an. Ja, genau. Ah, super. Besser geht es nicht. Guck mal hier, auf den Tassen stehen Technologien für nachhaltige Entwicklung. Das ist genau das eigentlich, worum es hier gehen soll. Also darüber nachdenken, wie uns Technologien eigentlich helfen können, damit wir die großen Probleme der Welt lösen. Vielen Dank, dass du das Beispiel mit uns geteilt hast. Danke für dein Interesse. Und ich schenke dir die Tasse. Super. Herzlichen Dank, Sönke. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Und ich schenke dir die Tasse.